hallo wie gestern ehrtümlich schon gesagt heute aber richtig im letzten viertel des lego star wars adventskanal 2018 kernspiele auspacken aufbau marathons gut also tag 19 19 gibt mir das ist eine art walker könnte sein gott das sind mal viele teile auf jeden fall ja gut da kann man sich zumindest mal über menge nicht beklagen das beklagt mich über den den fehlenden spaßfaktor der sich bei mir langsam ausbreitet aber natürlich ist mir schon bewusst normalerweise sollte man sowas ja auch täglich machen am besten vor der schule zu motivieren für das jungvolk ja auch immer das war schon mal auch gleich falsch von mir da muss nämlich die scharniere unten drunter verdammt das kommt davon also knallorange teile sind zumindest mal ganz lustig hier schön orange sieht man nicht so oft finde ich bei also bei lego wenn mir zumindest nicht so sehr bekannt sind also kein standard elemente glaube ich aber was weiß ich schon von lego wirklich viel wie man merkt gut das sind nun wohl die füße von diesen bauwerk diesen gerät da ist der vierte kommen jetzt unten auch noch so hebeplättchen hin wo sind sie denn alle da noch eins noch zwei oder jawoll alles da da steht schon mal das basisgerüst gut also man kann man ein bisschen bewegen das ist ja mal ganz nett ohne dass es gleich auseinander fällt hoffentlich so gott das ist jetzt schon ihr aufsteller auf den der drauf kommt ok ein transparentes teil ein normales teil ok so weit so gut ops hebt auch darauf kommt ein dach darunter kommt ein ich werde nicht ganz schlau draußen wieder das ist klar das ist auch klar ich glaube das hier das bin jetzt nur nicht sicher wie die also es ist das missverständlich angezeichnet das eine kommt dahin andere dahin soll nicht stufenweise das ist ein walker kann man so sehen das teil da vorne ist dann wohl das cockpit hier es ist ein kleiner walker ja gut der ist ganz nett ist den kann man lassen hier finde ich okay immerhin wenn ich meinen fahrzeug bauf gerät irgendwas fortbewegungsmittel das ganz nett ist deswegen mit dieser positiven grundstimmung gehen wir in die zwei zahlen tage bis morgen